Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe mir schon Gedanken über mögliche OP-Taktiken in EA FC25 gemacht zu FCIQ. Deswegen wahrscheinlich wird der Titel mit OP-Taktiken in FC25 mit einem großen, großen Fragezeichen nehmen. Denn es dauerte nur mehr ein paar Tage, dann können wir endlich reingehen in das neue Game mit komplett neuen Taktikanweisungen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich habe mir vier Taktiken rausgesucht bei der letzten Taktik. Und Anweisungen, glaube ich, dass das der absolute Shit werden könnte. Die neue Meta, nennst du es wie ihr wollt, aber auch ein paar andere Taktiken, wo ich mir glaube, beziehungsweise Anweisungen, wo ich glaube, dass das relativ gut sein wird. Und bei Easy SPC kann man das Ganze ja schon einstellen. Da haben wir ja schon so Taktikvorlagen, man kann schon die Anweisungen geben. Man hat eine Hitting-Map, dass man sieht, wo die Spieler sich hinbewegen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das ganz gefällt, Like, Abo, Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Sinnbar Gedanken spielen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wie immer schaue ich ein bisschen in die Richtung, denn da steht der Monitor von meinem Computer. Und die erste Formation ist eine 4-3-3. Und zwar die zweite mit einem Sechser. Man wird sehen, es ist im Prinzip immer der gleiche Gedankengang. Aber ich glaube, es wird richtig, richtig cool zum Spielen werden. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist nur ein bisschen auf verschiedene Formationen ausgelegt. Dadurch verändert sich aber ingame wahrscheinlich auch einiges mit dem neuen FCIQ. Und ich würde sagen, wir fangen an. Torhüter, Innenverteidiger, lassen wir mal weg die ganze Zeit. Denn ich glaube, das wird auf Standard gelassen. Oder man gibt den Torhüter eventuell Sweepy Gold Keeper. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, 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 so interessant oder so wichtig. Fangen wir an bei den Außenverteidigenden. Da wird es interessant, wie ich finde. Denn man kann hier Fullback, Wingback, Foulsback und Attacking Wingback geben. Und ich würde denen einmal entweder Wingback oder Attacking Wingback geben. Je nachdem, wenn er Wingback, aber wenn der Spieler zum Beispiel die Eigenschaft Attacking Wingback auf Plus oder Plus Plus hat, würde ich natürlich das geben. Aber bleiben wir hier mal auf Wingback. Und hier sieht man, wie weit sich der Spieler nach vorne bewegt. Also er bleibt meistens im Mittelfeld, bewegt sich ein bisschen mit nach vorne, aber nicht komplett mit nach vorne. Und das Gleiche geht auch auf den zweiten Außenverteidiger. Und jetzt der Sechser. Der Sechser ist hier, oder der Sechser ist bei allen eigentlich der interessanteste und der wichtigste Spieler. Denn der bekommt Seintal Half. Und da sieht man, er bewegt sich nach hinten im Ballbesitz. Das heißt, die Außenverteidiger gehen nach vorne in der Viererkette. Aber der defensive Mittelfeldspieler bewegt sich nach hinten. Das heißt, es wird zu einer Dreierkette. Aber die Außenverteidiger machen Meter nach vorne, was richtig, richtig ist. Also ich stelle es mir richtig gut vor. Und dann eben die Mittelfeldspieler. Die geben einer, bekommt Box to Box. Und einer soll ein bisschen weiter hinten bleiben. Entweder A Holding oder Deep Line Playmaker. Eins von beiden. Gehen wir mal A Holding. Weil man sieht, er hat ein bisschen mehr Raum, was er ihm einnimmt. Aber in der Zentrale und Defensive oder in einem Box to Box, der nach vorne zurück arbeitet die ganze Zeit. Und dann, das nächste Wichtige, sind die Außenspieler. Und das ist Inside Forward. Hier kann man Balance, Attack oder Rooming. Die gehen dann nach innen und unterstützen absolut den Stürmer. Das heißt, auf der Seite, die Außenverteidiger gehen nach vorne. Und die Offensiven auf der Seite lassen sich in die Mitte fallen. Das heißt, zu einer Art vier, also drei, ein Defensiver da vorne, ein Box to Box, die Seitenspieler und dann eben die Offensive in der Mitte. Ich würde das hier mal auf Balance gehen. Eben, dass sie ein bisschen hinten stürmen bleiben. Dass sie anspringbar sind und dass sie eben den Stürmer unterstützen. Rooming würde ich nicht, weil da sieht man, da sind sie ein bisschen auf der Seite. Also da würde ich einfach ausprobieren, Attacking oder Rooming. Eins von beiden. Und das war es schon mit der ersten Formation, wo ich glaube, dass die richtig, richtig cool werden könnte. Zumindest in der Offensive. Ich habe mir nur gedacht, in der Defensive. Vielleicht, wenn die nicht so, ich will keinen Spieler, wenn die nicht so weit zurückgehen. Man sieht es hier, sie gehen so zurück. Die Frage ist, wie schnell bewegt sie sich zurück und wie weit bewegt sie sich dann wirklich zurück. Und deswegen, die zweite Formation, wo ich mir gedacht habe, die könnte richtig geil werden, ist die 4, 2, 3, 1. Wenn ich sie finde, hier ist sie. Danke für die fette Werbung. Und hier haben wir im Prinzip das Gleiche. Es bleibt eh einigermaßen gleich. Ja, egal. Hier wieder auf, nicht auf Fullback. Nö, nicht auf Fullback. Hier gehen wir wieder auf Wingback. Hier auch wieder auf Wingback. Die soll wieder nach vorne arbeiten. Die soll nach vorne gehen. Ein Sechser bekommt wieder Central Half. Der soll wieder reinfallen, dass es wieder eine Dreierkette wird und die auf der Seite nach vorne gehen. Ich würde auch Wingback nehmen. Die Frage ist, wie groß der Unterschied zwischen Wingback Balanced, also Attacking Wingback Balanced und der normale Wingback, wie sehr das dann im Spiel ist. Man sieht, er ist hier, wo er sich am meisten aufhält, eines weiter vorne. Die Frage ist, das kommt dann auch auf dem Spielstil an, wie es einem besser ist, wie man mehr Anspielstationen bekommt. Der zweite Sechser, also der erste bekommt Central Half, der soll nach hinten gehen. Der zweite bekommt Holding und ein Rooming. Hier sieht man, der eine geht dahin zwischen die Innenverteidiger, dass eine Dreierkette wird und der eine Sechser. Der soll den Raum davor einfach abdecken. Der soll den Raum davor abdecken. Dann der zentrale offensive Mittelfeldspieler bekommt Playmaker auf Rooming. Der deckt auch ziemlich viel ab. Der soll anspielbar sein. Dann der Bräune-Typ, absolut perfekt. Und dann zweimal eben wieder Shadow Striker, die was hinter uns in den Stürmer reingeht. Das wird dann auch so ähnlich wie im 4-3-2-1, was jetzt immer absolut OP war. Deswegen, Shadow Striker bewegen sich rein, hinter den Stürmer, man hat viele Anspielstationen um den Strafraum, in den Strafraum. Und beim Stürmer, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, da können wir eigentlich alles geben. Bis auf falsche Neuen würde ich da im Prinzip alles geben. Botcher sieht nice aus, da bleibt er relativ zentral. Advanced Forward bewegt er sich ein bisschen mehr. Das kommt dann auch auf den Stürmer drauf an, welche Plus-Plus-Rolle der hat. Und ja, dann gehen wir weiter zur dritten Formation, weil ich glaube, dass die richtig krass werden könnte. Und das ist die enge Raute. Das ist die enge Raute. Beim 4-2-3-1 gerade vor, glaube ich eben, dass die auch defensiv ein bisschen besser sein wird als die 4-3-3. Und offensiv wird es wahrscheinlich ziemlich gleich gut sein, wie ich finde. Und da die enge Raute. Ich glaube, da werden wir in der Defensive auf den Flügel Probleme bekommen. Aber ich wollte sie trotzdem mal vorschlagen. Und hier hätte ich tatsächlich Attacking Wingback genommen auf beiden, dass die weiter nach vorne gehen. Der bekommt wieder Central Half. Der soll wieder nach hinten gehen. Zwischen Innenverteidiger, Dreierkette. Wir kennen es jetzt schon. Dann zweimal auf Holding. Nicht Box to Box. Zweimal Holding. Die soll sich hier bewegen. Dann einmal Playmaker. Wieder Balance. Da vielleicht sogar Balance, dass er mehr in der Mitte bleibt. Weil auf den Seiten gehen die jetzt eh mehr mit. Und da wieder entweder Boucher, Target Forward, irgendwas. Da muss man eben ausprobieren. Da muss man dann auch auf die Stürmer schauen, die man hat. Welche Blassrollen die haben. Und hier ist es, glaube ich, in der Defensive, aber ein bisschen offener. Man sieht hier die Gänse auf die Seite. Aber die Frage ist, wie sehr ist man anfällig auf den Flügel? Oder gibt es vielleicht dann noch ein paar andere Einstellungen? Oder vielleicht hat es auch mit den Spielern, mit den Eigenschaften was zu tun? Und das müsste man ausprobieren. Aber hier, glaube ich, ist das Risiko am höchsten, dass man auch über die Flügel ausgekondert wird. Eben, weil man kein Flügelspiel hat. Nicht so wie bei einer anderen Position. Denn wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, aufs 4, 2, 3, 1. Da haben wir zwar die ZOMs, aber wir wissen, wie sie sich bewegen. Wir wissen, wie sie sich bewegen in der Defensive. Also das wird defensiv besser sein. Vor allem man hat auch zwei Sechser. Aber die enge Raute könnte auch wieder zurückkommen, wie ich finde. Und jetzt gehen wir zu der Formation, die nie gezockt wurde. Aber wo ich glaube, dass die neuen FIFA-Tel, das wird die neue 4, 3, 2, 1 werden. Meiner Meinung nach, ich glaube, die Formation wird absolut, absolut OP sein. Und es ist die 4, 1, 4, 1. Ich glaube, sie ist offensiv am besten und sie ist defensiv am besten. Und warum? Das zeige ich euch jetzt. Und es fängt wieder komplett gleich an. Der bekommt Wingback auf Balance, soll mitgehen, soll mitgehen. Der bekommt auch Wingback auf Balance. Aber wenn man da jetzt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn man da jetzt sagt, hat der was Attacking Wingback auf Plus oder Plus-Plus hat, würde ich auf jeden Fall das nehmen, wo der Spieler das Plus oder das Plus-Plus hat, Wingback oder Attacking Wingback. Dann unser Sechser bekommt wieder Central Half. Das heißt, der geht jetzt nach hinten, der Sechser, und die bewegen sich nach vorne. Und dann einmal Box to Box und einmal Deep Line Playmaker. Einer soll wieder mehr nach hinten gehen, einer soll ein bisschen unterstützen, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück. Und jetzt kommen die wichtigsten Positionen in dieser Formation. Das ist der linke Mittelfeldspieler und das ist der rechte Mittelfeldspieler. Und was bekommen die Winger? Nein. Weit-Milk-Filter? Nein. Mein Playmaker? Nein. Inside-Forward? Ja, das bekommen sie. Auf-Balanced oder Attack. Attack, ja. Ich würde es eher auf-Balanced lassen, denn die bewegen sich dann hinten rein. Man sieht es hier. Man kann es sich dann machen, wie man es lieber hat, aber hier sieht man, sie machen auch ein bisschen mehr in der Defensive, wie es aussieht. Deswegen, ich würde hier beide Inside-Forward geben. Das heißt, hier ist er in der Defensive, hier steht er wo er soll. und der Offensive bewegt er sich hier hinter den Stürmen. Er hinter die einzige Spitze, unterstützt die eigene Spitze und der bekommt wieder Target-Forward oder Boccio, je nachdem, was der Spieler gerade kann. Und das, meine Damen und Herren, ist meiner Meinung nach die beste Formation, Taktik-Anweisungen im EAFC 25. Ich gehe jetzt noch kurz auf eine Taktik-Tafel, damit ich das vielleicht ein bisschen besser noch erklären kann. So, hier sind wir jetzt auf der Taktik-Tafel und hier sieht man, das ist das 4-1-4-1, wie es in der Defensive steht. Wir haben eine Viererkette, wir haben einen Sechser, wir haben noch eine Viererkette und unseren Stürmer davor. Es wird extrem schwer für die Gegner da durchzukommen, denn wir wissen, 4-4-2 war defensiv schon relativ stabil in den letzten Teilen und hier haben wir noch eine Viererkette, einen Sechser und noch eine Viererkette. Die Flügel sind besetzt, das Zentrum ist besetzt, es wird extrem schwierig sein, für die Gegner da durchzukommen und in der Offensive haben wir dann das. Unser Stürmer bewegt sich natürlich nach vorne, die ziehen hier rein, unterstützen unseren Stürmer sozusagen. Die gehen auch nach vorne, sind anspielbar, die gehen natürlich ein bisschen auseinander, der lässt sich fallen. Ein Box-to-Box-Player haben wir, der da die Meter macht und ein D-Playing-Playmaker, der diesen Raum hier abdeckt. Und das ist meiner Meinung nach absolut, absolut OP. Also wenn das ungefähr so ausgeführt wird von Spiel, wie es in der Heating Map ausschaut, glaube ich, wird das absolut, absolut krass werden zum Spiel. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn das Ganze so funktioniert, gibt es natürlich ein Taktik-Video und ich würde sagen, dann war es das von diesem Video. Haut es rein, ich wünsche euch was. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like, Abo, Comment, da würde ich mich riesig rüber freuen und dann war es das. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann. Bis dann. Das war's.